herzlich willkommen zum menschen video hier auf meinem kanal ich habe hier was ganz niedliches eine baby bear lidschatten palette von temo habe ich bezahlt 3 euro ich fand das richtig niedlich ich konnte nicht widerstehen ich musste die einfach kaufen guckt mal wie süß das aussieht mit super kleinen teddybären drauf in haben wir jetzt diese variante wir haben noch kleine einprägung drauf schaut euch das mal an also da kann man doch echt nicht widerstehen und für drei euro muss sich das einfach haben und daraus tun wir jetzt einen kleinen look schminken mal sehen wieso die farben auf dem auge sind als erstes würde ich sagen wir hätten das auge mal ein bisschen ab mit so einem grau und das tun wir uns einfach mal ein bisschen hier so großzügig aufs auge auftragen man sieht jetzt hier zwar nicht viel so als nächstes würde ich sagen wir nehmen dieses hier diesen rosé ton ja und den tun wir uns guck mal hier den tun wir uns hier so gleich in die irgendwie habe ich hier ein haar verquer in die lid falte auftragen guckt mal die schöne farbgebung da muss ja doch den spiegel nehmen weil es sehr kräftig ist mein gott ich bin ja positiv überrascht sehr kräftig die farbe das ist echt der hammer bei meiner letzten lidschattenpalette die ich getestet habe von temo hatte ich keine hautirritation gehabt wenn ich die pinsel hier aufstelle und die katze ist immer so neugierig die kommt dann immer vorbeigelaufen und schmust sich dran so dass ich da jetzt hier auch ein paar herrschen habe Uiuiui guck mal Was ist denn hier? Was ist denn hier? Sieht aus als ob mein Auge angeschwollen ist Na egal aber nicht von hier sondern wahrscheinlich wieder von den Vitaminen irgendwas vertrage ich da wieder nicht Na egal So dann würde ich sagen wir gehen in den dunkelsten Ton den ich hier habe Dieses Fast schwarz Also es ist nicht komplett schwarz Es ist ein fast schwarz Hier muss man echt vorsichtig sein Hier muss man wirklich vorsichtig sein Ein bisschen tupfen So das ziehen wir uns ein bisschen rüber Ins Auge Echt cool Und das für 3 Euro Mega Gab es natürlich auch in anderen Farben Die Leute wieder schon ausvergafften Oh guck dich das mal an Ist ja voll der Vamp Look Aber Gab es noch mit Lila Und auch mit So Kakaotönen Aber die waren schon ausverkauft Aber ich wollte es halt wegen der kleinen niedlichen Bärchen Palette haben Ist jetzt nicht dass es Farben sind die ich noch nicht habe Aber Aber Ich fand es halt schön Oh guck dich das mal an Da müssen wir noch ein bisschen ausblenden hier Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet So mit was rahmen wir jetzt das Auge ein Mit diesem schwarz Oder nehmen wir einen etwas matteren Ton Wir probieren es mal mit so einem grau Ich tue mir gleich das Auge ein bisschen einrahmen Oh ja das reicht vollkommen Also ich bin schwer begeistert von der Farbgebung So toll ist manchmal Keine Essence Palette Oder Catrice Also ich bin echt begeistert Guckt euch das an Wow So ey Mein Gott ey Jetzt habe ich hier zwei Schimmertöne Die sehen sich eigentlich komplett ähnlich Einmal hier Einmal da Da muss ich jetzt erstmal gucken Ah hier so ein leichter Glitzer Und hier Hm Das ist auch ein Glitzer Welchen nehmen wir Ich tue jetzt mal den leichten Glitzer Erstmal hier vorne ein bisschen auftragen Jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen so ein topper Ton Wie das aussieht Wir gehen dann gleich mal in diesen starken Glitzer Ton Und den tragen wir uns hier auf das Lied auf Aha Guckt mal wie das schön schillert Ja Das gefällt mir gut Ich hätte mir jetzt vielleicht noch eine andere Farbe gewünscht Nicht zwei so schimmert Also gleiche oder ähnliche Glitzer Töne Das ist mir jetzt ein bisschen too much Aber sonst so Hm Welche Farbe wären jetzt noch gut gewesen Vielleicht ein grün noch mit drin Oder ein blau Ja guckt mal Absoluter Schöner Schimmer Glitzer Look Sieht ja schon fast festlich aus Also das hat man auch noch nicht Ich habe ja schon viele Schminkvideos gedreht für euch Bleibt so So diesmal nicht so viel Fixing Spray Wir sollen es nicht übertreiben Jetzt habe ich hier noch von Tease Einen Lipgloss Den tun wir uns noch Ein bisschen auf die Lippen auftragen Ich habe den jetzt im Braunen gewählt Weil ich dachte es war die braune Bärchi Balette Aber naja Ich vergesse halt auch Wäre nur auch immer älter Mascara nehme ich jetzt von Essence Die Wow Sensitive Ich war glaube auch mal in irgendeinem Paket mit drin gewesen Ja ich versuche mich ja zu bemühen Immer mal eine andere Mascara doch zu nehmen Einfach dass ihr auch mal ein paar Unterschiede seht Also Wenn man die Augen so aufreißt Hey Mein Gott Sind wir dann nämlich auch gleich fertig Mit unserem Look Ey Leute Sagt doch mal Guckt doch mal wie hübsch Ich glänze Ich glänze wie eine kleine Speckschwarte Was sagt ihr zu diesem Augenmake-up? Also gefällt mir echt echt gut oder? Die Haare spielen heute auch mal wieder nicht mit Ja Aber sonst so Finde ich es echt gut Für 3 Euro Für 3 Euro Hey Ich glaube ich musste mal noch mehrere Paletten testen Okay Das war mein Video Wenn es euch gefallen hat Lasst mir ein Like, ein Abo Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüssi Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen gemacht mit Temolidschatten Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben Ciao, ciao